Hallo zusammen! Ich bin BöseGummiGaum und hab vielleicht gerade mein Intro verkack gerückt habe. Shit. Shit. Keine Ahnung ob ich mich hört oder nicht. Nananananana. Jetzt hört sie mich wahrscheinlich wieder, oder? Schade, dass mir das keiner sagen kann. Meine Frames sind 7 pro Sekunde. Anyways! Jetzt ist es ein Frame. Willkommen zu Let's Play Fucking Total War War 2! Das Spiel läuft super rund auf meinem PC. Okay. Wir sind gerade dabei andere Dunkelhelfen zu verprügeln. Und dann würden wir gerne Hochhelfen verprügeln. Das ist so der Plan momentan. Und ich glaube die Dunkelhelfen sollten eigentlich relativ schnell fallen. Weil wir sind denen glaube ich haushoch überlegen. Mhm. Katschamir. Und Luden Occupy. Ich bin jetzt alle ein bisschen eingefressen auf mich. Es soll nichts Schlimmeres passieren. Du kannst doch mal gleich wieder nach vorne marschen. In Richtung hier. Ähm. Was ist mit euch beiden? Ah, du warst auch schon wieder fertig. Kannst du da mal da reinmarschen? Wir gehen vielleicht da hin. Ähm. Und du musst noch Haufen, weil sie Truppen ausbilden. Okay. Ähm. David. Ja, Local. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und äh. Natürlich brauchst du auch noch Shades. Oh, holy shit. Inzwischen wieder fast voll. Wie ist das denn passiert? Ähm. Vielleicht doch wenige von euch wieder. Na, da geht sich gerade mal vier Shades aus. Ist ein bisschen wenig. Egal. Wir machen das so. Äh. Ich hab noch 6000. Ähm. Nope. Ähm. Nope. Ähm. Nehmen wir was, was ich bauen will. Nein, da waren wir gerade. Naga. Was ist bei dir los? Oh, da kann man schöne Sachen bauen. Ich kann nicht upgraden. Du bist schon upgraden. Jetzt hab ich fast kein Geld mehr. Ich kann dich noch upgraden. Vielleicht machen wir das. Falls da mal irgendwann doch die guten. Wie auch immer. Wie heißen sie schon wieder? Ich hab's vergessen. Die Hochhelfen halt. Vorbeischauen. Die angsteinflößenden Hochhelfen. Im Gegensatz zu den erbärmlichen Hochhelfen. Äh. Geht sich das noch aus? Aha. Ja, dann kann ich das leider nicht treffen. Oh, Malekif. Ah, ich hab jetzt mit dem bei dir weiter gemacht. Okay. Sure. Ich mein, das war natürlich auch cool. Leash Master. Aber so viel hab ich von denen nicht. Das wär auch nett. Für Shades Charge Bonus. Ja, ich will sie eigentlich nicht wirklich fürs Charging verwenden. Mh. Nix von dem spricht mich so wahnsinnig an. Ich glaub ich mach ein Nightlord. Äh, ehrlich gesagt, ich hab nur eins. Sorry, mein Fehler. Ja. Anyway, ich will mich die ganze Zeit assassinate. Das find ich mega cool. Ich assassinate andere Leute. Nicht umgekehrt. Immer bringt mich um bitte. Oder meine Lords und so. Und meine Agenten. Spread Public Order. Entschuldigung. Military Ally. Achso, ihr könnt's auch noch vorbeischauen. Cool. Trade Gain. Recoupant Cost. Minus 5%. Critical Failure. Okay. Okay. Wurde wundet. Was, was mich sehr freut, wenn er mich verprügeln kommen will. Das Schwein. Purge the weak income. Wissens was? Wir haben die Geldprobleme. Was willst du dann? Mission Successful. Oh. Palace of Thread Knights. Cool. Mass Rose gekommen. Wonderful. Ähm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ähm. Du kommst doch mal dahin. Machen wir auch easy. Jo. Soll ich da jetzt vielleicht mal nur Occupy machen? Ich find's das Main Settlement ist. Vielleicht. Die können sich da drin ein bisschen ausruhen. Ähm. Kann ich mich angreifen? Naja. Ich glaub das gibt's leider nicht da aus, oder? Na. Ähm. Du. Könntest da mal wieder an Land gehen. Und vielleicht kannst du das sogar angreifen. Also du bist im March Stance. Nein. Du bist im March Stance. Stance. Let's go. Okay. Erst nächste Runde. Auch okay. Und dann geht das sehr geschwind hier. Muss ich sagen. Gefällt mir. Ähm. Ja. Wir werden mit dir noch hier hingehen. Sag mal. Wieso darfst du schon wieder links wo hingehen? Komm dahin. Dann hab ich jetzt wieder irgendwas abgebrochen. Das Building vielleicht? Nein. Da ist ein Building gebaut. Damit hier alle schön in deinem Einflusskreis sind. Äh. Du musst eigentlich nur noch warten. Das ist gut. Das ist viel Geld hab ich nicht. Ähm. Wieder mal kurz geschaut. Ich glaube langsam. Das ist solange ich die Settlements da nicht aufwerte. Was ich hier nicht will, weil ich lieber auf Nagarond warten will. Haben wir da glaube ich nicht viel zu trauen. Mäh. Keine Corruption. Palace of Princess? Äh. Ich brauch dich eigentlich hier überhaupt nicht. Geh weg und wir bauen eigentlich den Geld für alle rein stattdessen. You are not moved. Äh. Du kannst jetzt eigentlich mal zurück nach Hause telefonieren. Ja. Wenig aber nicht. Das ist animierende Dreadlord. Oh. Strength through Spite. Let's do that. Damaged building. Ah ja. Die wollte ich eigentlich noch machen. Damit geht es sich sogar aus. Slave pencil noch nicht. Okay. Fine with that. Das ist ein bisschen Angst entflößend, dass Laudan immer noch gleich stark ist wie wir. Obwohl wir jetzt eigentlich schon einige fette Armeen hier haben. Okay. Ähm. Stuhl hier. Mal kurz stehen hinzutrügeln. Der ist weggelaufen. Der Hund. Okay. Wir können zuerst da hin. Okay. Dann setz ihr zusammen. Aber es ist halt ja auch. Ja. Das kann ein Problem sein. Ah. Dann müssen wir da auch vielleicht nicht mehr looten. Weil wir jetzt da schon so kleine Schuhe kamen. So geben wir das vielleicht nach dem Orkid ein. Wonderful. Ähm. So kannst du hier mal weiter machen. Jo. So sagen das ist ein recht einseitiger Krieg soweit. Was mich jetzt nicht stört. Aber es ist lustig. Province secured. Wonderful. So schnell kann es gehen. Wer hat sie mal mit der Konfederation mit mir eingegangen. Damit es nicht so scheiße aussehen. So ist es. Äh. Was bin ich mit euch? Hab ich euch überzeugt, dass es vielleicht besser ist, lieber zu mir zu sein? Was? Nein. Nein. Ich bin mit euch reden. Nicht durch die Stadt. Okay. Nein, nein, nein. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Können wir, können wir, können wir, äh, Payments? Offer Payments. Offer Payments. Like. Das ist, wenn ich euch irgendwie 10.000 Gold gebe dafür. Hi! Oh, warte mal. Vielleicht, vielleicht dann weniger? Es hat nichts besonders gut im Verhandeln, wenn ihr sagt Hi. Äh, 5.000? Moderate. Okay. Ich will es schon auf High bringen, aber ich will halt das unterste bei High. Offer Payments. 7.100. Moderate. Ah, fuck it. Dann kriegt ihr halt eure blöden 10.000. Jetzt haben sie mich durchschaut. Dammt. 8.8. Yay! Here we go. Äh, let's do it. Yay! Holy shit. Alles meins. Nice. That was nice. I like that. Okay. So schnell kann es gehen. Man muss ja gar nicht Krieg führen unbedingt. Äh, Promise Secure, Promise Secure. Der eine ist halt scheiße. Ist das jetzt auch meine Armee hier? Bäh. Muss man noch irgendwo was äh, colonisieren gehen oder so? Äh, das ist alles ein bisschen eklig hier. Paulegale, minus 3 Corruption habt ihr ja auch wie blöde. Was sind das bitte? Ist das wenigstens untainted oder sowas? Na. Du aber, oder? Ja. Trotzdem haben wir noch die Corruption? Naja, wir haben eigentlich überhaupt nicht viel Corruption. Okay. Fair Point. Ähm. Na, wir haben leider unseren ganzen Scale ausgegeben. Das heißt, wir können jetzt leider nichts mehr für euch tun. Tut mir sehr leid. Eben ist hart. Ähm. Ihr werdet seine eigene Provinz oder wie? Ja, okay. Die will ich nicht haben. Eine rein rote Provinz. Ich meine, wir könnten diese Armee einfach benutzen als Wegwerferarmee. Vielleicht irgendwem irgendwo auf die Nerven zu gehen. Den Hochhelfen da oben irgendwo. Einfach mal kurz den Shrine of Cain angreifen mit einer Scheißarmee und schauen was passiert. Ähm. Ich meine, wir könnten sie natürlich auch verbessern. Ich meine, wir haben zwei Sorceresses drin. Sie ist nicht so schlecht. Ähm. Unglaublich viele Dark Arc Corsairs. Ein paar Dark Shights. Unglaublich viele Reaper Boltfrau es. Ah no. Da unten bringen sie nur wirklich nichts. Ähm. Hier geht's in March Stands. Wo seid ihr jetzt? Da ja. Und. Geht's mal irgendwo da rüber. Bitte. Könnt ihr mal da hin? Wieso könnt ihr da nirgendswohin? Ja, da bist du da durchlaufen. Ähm. Ja, dann lauf einfach mal. Ja, bleib auch mal da. Du bist. Schau mal weiter. Äh. Du kannst dich da mal ganz reinhauen. So. Und was können wir jetzt hier noch alles tun? Ich meine, da unten müssen wir schlau nichts hin, finde ich eigentlich. Nur da habe ich ein bisschen schlau. Oh, warte. Also. Wir haben uns schon bewegt mit dir, ha? Okay. Wir haben unseren Zug. Haben wir nur uns mit dir bewegt? Oder ist das eine Wege? Nein, nein. Wir haben uns bewegt. Okay. Dann bleib drin. Okay. Ist scheinbar auch völlig egal. Nein. Bleib drin. Ähm. Ja. Das ist genug Leid. Das passt schon. Ähm. Mit dir können wir mal auch so in die generelle Richtung hier vorstoßen. Du könntest mal kurz hier überhälten. Aha. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Und du machst das. Okay. Cool. Commandment available. Einen Haufen wahrscheinlich. The Black Flood. Äh. Wir haben hier überall kleine Republic. Das Problem ist, dass wir als erstes machen. Du könntest eigentlich auch noch. Geht sich das aus? Ja. Schnell noch deutsche Posts reinhauen. Damit klar ist, dass es mit mir nicht zu spaßen ist. Commandment available. Ähm. Hier hätten wir zumindest noch. Zuerst einmal überall die Hostages. Damit klar ist, wer Chef ist. Und dann reden wir weiter. Oh. Du kriegst hier wieder ein neues Upgrade. Wie schön. Night Lord. Let's go. Ah, das ist ein Skill Points. Ähm. Oh, da haben wir den Slotter Lord noch gar nicht fertig gemacht. Wollen wir den Slotter Lord lieber fertig machen? Oh, da haben wir unglaublich viel schon fertig gemacht. Aber den Slotter Lord nicht. Ja. Wir haben zu viele Harkanef Executioners und Blackguard Units. Es kommt mir so vor, als würde das Sinn machen. Oh. Oh. Jetzt sind wir leider ein bisschen überlegen. Mit seinen kleinen Scheiß an mir hier. Oh. 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 Hey. Let's go. Oh okay. Oh, take a ton of mine. Kann man da was? Shit mach mir wenig Geld grade. Holy Shit mach mir wenig Geld. Es ist diese Temperatur Armee die letzte die wir da haben. Fast. sind wir da immer Но projects besützen gehen. Weißt du was. picaln pressen GAME aber besser ... nix. hier da mal unterstützen und wir können jetzt da mal easy rüber ist das eine hauptstadt hier in dem fall werden wir vielleicht wieder noch was gefeiert weil da kriegen wir 8000 gold raus wieder muss auch mal ein bisschen geld gemacht werden okay wir haben 13.000 zur verfügung können wir ihnen das geldtechnisches upgraden wird jetzt mal ressourcen machen ja damit ist bei dir kann man eigentlich auch jetzt wissen man kann man das machen okay das gefällt mir das ist auch nichts neues momentan das ist bei euch ja das möchte ich auch gerne mehr ressourcen nicht wirklich viel schaut hier aus ich meine das tag ist sicher auch nicht noch abzugreifen du könntest du kannst du erledigen in einer runde einfach kurz den black light tower rüber schippen sieben runden okay anders sind skill points ach so das ist die children dass du einen drin okay man played wenn das nicht das so die die black arc ja ich meine weiter bewegen können wir uns nicht wirklich das mal da hier noch nicht kommt hier mal schauen was wir da alles anstellen können wenn wir möchten settlement upgrade available nein danke das kostet das noch brazen cauldron oder kane's flail das kostet nicht zu teuer damage building das muss ich wirklich sein das war auch noch cool ja das ist nicht mehr abreißen du bist wieder die die da englisch alles fertig hat das ist nur die frage ist jetzt das zweite noch machen wollen ganz cool okay abgesehen von game problem läuft eigentlich sehr gut und momentan können wir eigentlich blühen wie blöd mal schauen wir uns jetzt bis zu success aufpassen wir uns jetzt mit den mit den big boys anlegen gerade hier ja 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 das ist okay radic spice ist auch okay ähm was ist denn da alles bei dir dabei blick old fortress mhm hack hall und armheim äh ja ich würde schon gerne in die richtung weiterziehen eigentlich ich meine sind hochhelfen wir sind quali zumindest noten müssen wir schon sehen wir nur occupier und schon eher über geht es bis dahinten zurückgezogen dass ich jetzt hier anstellen will nicht darüber ich habe ein bisschen angst zu denen genau mit drei armeen weiter handen natürlich sind wir damit sehr konzentriert aber nur zwei armeen von denen sind tatsächlich kennenlose das ist alles wieder nicht aufgepasst oder das ist beim kauf der pläscher irgendwie geil wenn die kam in das in meinem hinterkopf sagt das ist vielleicht so vielleicht ist ein hinterkopf haben dann deppert alles möglich wir brauchen das sagst dann glaube ich dir das natürlich auch so bist du jetzt fertig eigentlich du bist jetzt fertig das ist wir können hier mal was bist du blöd geht ins wasser da herum wird gestärkt hier noch moved die beiden mal kipps kriegt über den skillpoint haben wir können da immer noch nicht weitermachen nightloid vollständig ausfüllen andersens okay du bist jetzt die die ah warte mal der lord's own combat skills wie ist der lord army ja wie ist der lord army ich weiß nicht wie ich genau das mache lead the charges tempest of thailand leadership ist dann für cold one knights, cold one dreadites and cold one chariot unions upkeep minus fünf zum für das ganze zeug weapons zum für das ganze zeug 힘들 105 für shades für shades man ist oft mit insgesamt schaust man ist doch mit denenceks er hat jetzt derjenige oder diejenige auch die caste derart hat jetzt derjenige auch die hat mit 7 ist du sven 20 ähm riske nope doch oder was ist du aber die hatte doch schon alles voll hier du musst mir bitte auch okay so weit so gut entern na na es läuft gerade so gut so zumindest die ganze halbe ins lobe mann success ja ist mir egal wenn man die karrisons halb zur stadt was macht der jetzt da unten bleib stehen sie sind stehen geblieben oder also mit drei armeen sollte es ja wohl easy peasy ein gemetzel geben nicht angreifen military access thereof for payment sure wenn es dir hilft zu überleben gegen die verdammten hochhelfenden soll es mir rechts ein success whatever eminent berlin ja ich bin irgendwo da in der nähe habe ich eher mindestens kurz noch das hier abstauben manisch werden drüber gehört schon hier ich will dass du fährst ja sehr schön so ihr drei können sich jetzt damals schön kennst du da alle in der nähe er ich hoffe sie kommen dann auch wirklich in die nähe nachher bekommen sie wie schön und damit machen wir den angriff ja und da sieht man auch die gelben linien das heißt wir werden uns assisten schlecht sind sie trotzdem ich werde jetzt nicht selber kämpfen ist viel zu groß und dann haben wir jetzt ganze einheiten verloren das ist natürlich möglich holy fuck du hast du alle verloren okay du bist mir egal jetzt ist nichts verloren keine einheit verloren na gut wir haben die scheißeinheiten geopfert sollen wir recht sein wundervoll ähm da hast du auch ganz nett oh wir haben viel geld ähm wir brauchen da auch irgendwann natürlich ein public order building weil da geht gleich wieder wie ein boss ab das sehe ich schon nice ja wir müssen sie mal wieder von diesem kontinent hier runter hauen ich meine das bieten die sich an die pisse hier geht es noch nicht ja ihr könnt das nächste runde weiter an es sind so ist wie stark ähm machen wir noch den soul stealer fertig an es sind skill points so ist wie stark machen wir noch den bladewind ein bisschen weiter so ist wie stark bladewind bitteschön dann wundervoll settlement upgrade das sind wir denn nur die beiden da oben oder ja damaged building oh da gibt es noch eins okay immer her damit wir können repair imminent rebellion hier das ist halt kein all zu großes problem wären settlement oh fortress of the damned kann abgegradet werden look at this ähm nehmen wir noch platt und äh da können wir einfach noch ein geld gebäude reinbauen eigentlich finde ich jetzt halt aber das sind aus wenn wir keine straße nirgends vielleicht bei euch eine straße naja wir können die straße nirgends fotos auf der time dran hauen i guess bei der straße oben wäre schon nett das ist mega nervig wie viel geld alles in hause ist es wir haben minus 12 ähm verweido building sex change determinants of corruption events oh events war noch irgendwas dammit naja wurscht ich hoffe auf jeden fall wie immer dass es euch spaß gemacht dazu zu sehen ich hoffe das waren jetzt ca 20 minuten wenn das der fahrer lasst dann einen like da oder über den channel aber vor allem shopp im nächsten mal wieder vorbei vielen dank fürs zuschauen baba bau bau